Hallo allers! Ich bin jetzt auf dem Baja und es bedeutet, man macht auf Deutsch. Hier kann man fast jede aller lokale, typische lokale Spezialitäten und Produkte in diesem Gewicht kaufen. Kommen Sie mit! Das ist ein bisschen Fleisch. Der Arzneimitte-Tee ist für die Einwohner hier in Kaschka sehr wichtig. Für Sie darf nach der Mahlzeit ein solcher Gesundheitstee nicht fehlen. Sie können nach den Eigenschaften der Arznei viele Arten von Tee mit verschiedenen Auswirkungen selbst mischen. Im Musikladen gibt es viele bekannte lokale Instrumente wie Dombra, Rubab und Dota, die fast alle aus Holz hergestellt werden. Sie sehen zwar ähnlich aus, klingen jedoch unterschiedlich. Außerdem gibt es hier auch Handtromeln, die in Xinjiang bei der Ernte und für Feste gespielt werden. Aber es ist gar nicht so leicht, diese zu beherrschen. Hier wird das alte Handwerk der Herstellung dargestellt. Der Schmied schlägt den Eisenhammer, woraufhin Funken in alle Richtungen sprühen. Hier kann man auch viele feine, handgemachte Eisenwagen kaufen. Diese Werke sehen sehr fein aus und man kann sich vorstellen, dass hierbei viel Zeit und Feinwertigkeit, so wie das Wissen von bestimmten Techniken benötigt wird. Sehen Sie, das ist eine Platte. Sie ist auch sehr fein. Und wie funktioniert es? Schauen wir. Tada! Es ist für Nüsse und trockene Früchte und so weiter und so fort zur Verfügung. Warten Sie mal, was ist für diese Sache? Hm, interessant.